Guten Morgen! Wir lesen heute aus Galater Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Nun, dieser Text ist ein bisschen verschachtelt und hat viele Nebensätze, aber eigentlich ist er vom Inhalt ziemlich klar. Ich finde, dass wir hier vor allem zwei Gedanken sehen können, die wir heute für uns mitnehmen sollten. Zum einen sehen wir hier, genauso wie auch in den Versen davor, wie Paulus sein Amt, seine Stellung als Apostel verteidigt. Paulus möchte allen Menschen, die diesen Brief lesen und auch uns Christen heute zeigen, dass das, was Paulus gesagt hat, das, was er gepredigt hat, das, was wir in seinen Briefen lesen können, dass das wirklich wahr ist, dass das Wahrheit ist, dass er sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass es das Wort Jesu Christi ist. Und wie auch in den letzten Versen beschreibt Paulus hier, wie er auf die anderen Aposteln gestoßen ist und er sagt hier, wie er auf die Angesehenen gestoßen ist, das heißt, die anderen Aposteln waren Menschen, die unter den Christen schon respektiert wurden, die schon Autorität hatten. Überall wusste man, dass das Aposteln sind, dass das wirklich Boten von Jesus Christus sind. Und Paulus beschreibt, dass als er mit ihnen geredet hat, da hatten sie nichts auszusetzen an der Lehre und am Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Nein, sie waren vollkommen damit zufrieden. Sie haben gesagt, dass das, was Paulus predigt, dass das auch tatsächlich das echte Evangelium ist, was auch diese Aposteln gepredigt haben. Sie haben ihm nichts auferlegt, also nicht irgendwie noch was dazu gemacht. Nein, im Gegenteil, sie waren sehr zufrieden und haben übereingestimmt. Es steht, dass diese Aposteln ihm die Hand der Gemeinschaft gereicht haben. Das heißt, sie waren bereit, miteinander zu wirken, miteinander zu arbeiten, weil sie wussten, dass Paulus genau dasselbe Evangelium von Jesus predigt. Es wird hier beschrieben, dass sie sagten, genauso wie Petrus auch gewirkt hat, genauso wie Petrus für das Reich Gottes gedient hat und einen Auftrag erfüllt hat, Menschen erreichen wollte, so tut Paulus das auch. Sie haben genau dasselbe Ziel, sie haben dieselbe Mission, sie haben denselben Auftrag, nur die Zielgruppe ist eine andere. Petrus, er predigt unter den Juden, Paulus, er predigt unter den Nichtjuden, also unter den Heiden. Aber es ist dasselbe Evangelium, dasselbe Ziel, derselbe Auftrag. Und damit möchte uns Paulus ganz, ganz klar machen, das, was wir hier lesen, das, was wir im Neuen Testament von seinen Briefen lesen, wir können darauf vertrauen, dass es das Wort Gottes ist, dass es das Evangelium von Jesus Christus ist, das uns echtes Leben schenken kann. Und der zweite Gedanke, den ich hier in diesem Text erkennen kann, oder das zweite Thema, das Paulus nebenbei so ein bisschen anschneidet, ist dieses Thema um das Ansehen einer Person oder die Autorität einer Person. Nach welchen Kriterien oder nach welchen Fragen erkennen oder sehen wir, ob eine Person Autorität hat, ob wir zum Beispiel einer Person in geistliche Fragen zuhören sollten oder nicht. Dieses Thema, Ansehen der Person, das war unter den Galatern oder unter den Christen damals wohl ein recht wichtiges Thema. Es wird beschrieben, dass diese Aposteln, Petrus und so weiter, dass sie sehr angesehen waren, dass man von ihnen sehr viel gedacht hat. Und auch die Galater, die diesen Brief bekommen, sie haben von sich behauptet, dass sie fest auf der Lehre von diesen angesehenen Menschen standen. Auch wenn wir in diesem Brief merken, dass das nicht wirklich stimmt. Und es gab wohl auch andere jüdische Lehrer, die wahrscheinlich gut gebildet waren, die sehr viel Respekt im Volk hatten, die dann auch schließlich diese falsche Lehre in die Gemeinden der Galater gebracht haben. Und das waren auch sehr, sehr angesehene Menschen mit viel Respekt, mit viel Autorität in der Kultur und dem Volk. Und die Galater sind ihnen wahrscheinlich gefolgt und haben ihnen zugehört. Aber Paulus, er zeigt hier ein etwas anderes Bild. Zum einen sagt er in Vers 6 schon, dass Ansehen der Person eigentlich nicht wichtig ist. Gott achtet nicht darauf. Auch bei diesen Aposteln, die tatsächlich von Gott beauftragt worden sind, die wirklich Autorität haben, auch bei diesen Aposteln geht es nicht darum, wie sie ausgebildet wurden oder was sie davor gemacht haben. Es geht nicht um ihre Person, sondern, und das ist die andere Seite, es geht um das, was Gott in ihnen bewirkt. Als die Aposteln herausfinden wollten, ob das, was Paulus sagt, ob das wirklich wahr ist und ob es das wahre Evangelium ist, haben sie auch nicht nach seiner Ausbildung gefragt. Oder nach irgendwelchen Referenzbriefen von anderen Predigern oder irgendwie sowas. Es ging nicht um die Person von Paulus. Nein, sie haben gemerkt, dass Paulus durch die Gnade Gottes berufen worden ist. Dass Paulus zum Reich Gottes berufen wurde und dass er für das Reich Gottes dienen sollte. Und sie haben durch sein Leben oder durch sein Reden gesehen, dass Gottes Kraft in ihm wirkt. Und das war ihnen Grund genug zu sehen, dass das ein geistlicher Mensch im Reich Gottes ist. Dass sie ihm vertrauen können, dass sie Hand in Hand mit ihm gehen können. Nicht Bildung, nicht Intelligenz, nicht Wissen, nein, sondern Gottes Gnade und Gottes Kraft, die in diesem Menschen wirkt. Das heißt, die Frage an uns ist, nach welchen Kriterien oder nach welchen Gedanken überlegen wir zum Beispiel, ob wir dem Rat eines Menschen zuhören oder nicht. Wenn wir in einem Problem stecken, wen fragen wir da? Ist es vielleicht irgendein Prediger oder ein Theologe, den wir online sehen, der viel gepredigt hat, der viel die Bibel studiert hat, der viele Studien hinter sich hat. Und deswegen sagen wir, okay, der hat Ahnung und der wird uns mit Sicherheit die richtige Antwort geben. Und diese Dinge sind ja alle sehr gut und vielleicht auch sehr wichtig. Aber Paulus zeigt hier nebenbei in diesem Text auch noch, dass dieses Wissen, dass diese Bildung, dass dieses Ansehen, das ein Mensch hat, definitiv nicht das Wichtigste ist. Das ist womöglich gut, aber darum geht es Gott nicht. Ein Mensch ist ein geistlicher, ein reifer Mensch, wenn er in Gottes Gnade lebt. Wenn Gottes Gnade in seinem Leben sichtbar wird. Wenn die Kraft Gottes ihm wirkt, sodass er Gottes Reich baut. Und wir sollten anschreiben, diese Menschen zu werden. Unser Ziel sollte nicht sein, möglichst viele Theologiestudien hinter uns zu haben, sondern ein Leben zu leben, wo Gottes Gnade in uns wirkt und wo Gottes Kraft durch uns sein Reich baut. Und das kann womöglich sehr simpel, sehr primitiv sein, in kleinen Diensten, die niemand anders sieht, auch wenn wir nicht sehr viel Respekt oder Ansehen von anderen Christen bekommen. Das ist die geistliche Reife, die wir in unserem Leben anschreiben sollten. Gottes Gnade und Gottes Kraft, die in uns wirkt. Ich möchte beten für uns. Ich möchte beten, dass wir anschreiben, diese geistliche Reife anzuschreiben und nicht irgendein äußerliches Ansehen unserer Person. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns auch heute dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir vertrauen können, dass es wahr ist. Danke, dass du auch auf solche Weise argumentierst und uns zeigst, dass wir Vertrauen haben können, dass wir unser Leben auf deinem Wort und auf diesen Worten bauen können. Ich bitte dich darum, dass unser Ziel in unserem Leben nicht ist, dass wir versuchen, irgendwie andere Menschen zu überzeugen durch unsere Person, durch unsere Bildung, durch unser Wissen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir in erster Linie deine Gnade anschreiben, dass wir deine Kraft in uns anschreiben, dass wir geistlich wachsen durch das, was in unserem Herzen geschieht, durch die Liebe, die wir zu dir haben. Ich bitte dich, dass das unser Zeugnis ist, dass wir dadurch zu Menschen werden, die auch andere beeinflussen und anderen helfen können. Ich bitte dich für heute, ich bitte dich darum, dass du uns Gnade schenkst, auch an diesem Tag. Amen. Vertraue und glaube,